hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von mass effect in der edition mass effect 1 ich gehe mal zurück ok es besser unseres und es ist auch besser oh granatwerfer wo ist der okay ähm okay okay kühlkörper gut kampf sensor ok ok moment die schrot was hat die denn drauf wie kann ich das sehen ich finde panzerbrechend eigentlich ganz gut hier habe ich auch panzerbrechend so was haben die anderen ich gebe mir das können wir da was drauf machen da haben wir nix ich bin ich bin mir das ich bin mir dauerhause so okay würde ich gerne die jetzt aus aufpassen ja 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 Beide deaktiviert. Wo denn? Ich flicke sie wieder zusammen. Ja, danke. Nur noch einer. Kabung! Sehr schön. Gibt es ja auch hier was zum Locken oder so? Ich gucke gerade. Ah, da ist was. Brandspringsatz und chemisch. Okay. Wie komme ich da drinnen? Da komme ich gar nicht dran. Gut. Ah, der ist zu Explosionen bringen können. Okay. Ich gehe mal eben da entlang, weil da war was auf. Hier ist die Snicks. Kühlkörper Rückschuss, dem von Servo-Gelenk. Okay. Ich gehefrieden, die Fertigkeit zu bringen. Und, ähm, Duellist, radioaktiv, ein Upgrade. Sehr schön. Habe ich schon Kühlkörper 2 drauf. Sonst, ich bin eigentlich im Moment zufrieden mit der Waffe. Kühlkörper Rückschuss, dem von Servo-Gelenk. Okay. Ah, von denen, die Waffen, sollte ich die jetzt machen? Nein, die machen wir eine andere Mal. Okay. Dann gehen wir runter durch die Tür. Frisst das! Ach, jetzt habe ich eine Granate geschmissen, blödi. Ja, ich kann so viel hier. Okay. 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 Phönix und Chameleon. Stufenaufstieg. Okay. Sag mal, was machen wir hier? Haben wir das abgeschlossen oder was soll das hier? Ach, ja. Nein. Gibt es sonst einen Eingang? Haben wir etwas übersehen? War das schon alles? Scheint so. Okay. Okay. Ich habe Stufenaufstieg. Ich habe Stufenaufstieg. Ja. Vier Punkte. Oh, das ist gut. Für alle Fälschigkeiten zurück. Oh, ich finde das gut. Okay. Habt ihr? Ja. Ja, sie hat auch. Ja, meine Liebe. Du musst für mich jetzt hier. Stärkte Überlastung. Hakenfrei geschaltet. Und du. Was ist das? Und. Du. Was ist das? Und. Ausrüstung guck ich mir wieder an. Ja. Ja. Wir haben schon einen guten. Okay. 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 Was gebe ich ihr? Ah, sorry. Ich war bei dir. Pistole. Nein. Nein. Das ist noch besser. Das kann ich dir in die Randung. radioaktiv und was was ist schmutzig ob sie so mit schmutz ok wieso haben wir die pistole getauscht gut nein ich hab nix tut mir leid für dich dann sind wir fertig oder da gab es noch hier gab es das moment wir haben noch jetzt elektrik besuch geschraubt können das jetzt öffnen metalli was sind jetzt verdammt und ja da hinten ja die wegfindung ich dachte hier wäre noch was los jetzt geht es oh hurrican bunch of phasm munition ich schaffe es nicht reißer und panzer brechen ich darf noch ist aber nichts dabei aber vielleicht ein paar interessante reißer ich glaube ich brauche nichts mehr drauf ich bin erst mal im moment zufrieden sie hat hier nichts drauf da wurde die aufnahme wieder unterbrochen so das er hat hier noch nichts drauf ich weiß nicht warum auf einmal die aufnahme ausgeht hier war es uns wirklich keine tür männer ist gruppen zu verzichten irgendwas verpasst aber ok dann gehen wir wieder auf die normandy ich guck noch mal kammer abführung ich bin besoffen hier ist sonst wirklich nichts hier ist immer noch ein fragezeichen der ausrufsverzeichen das sterbe ich gleich hier ist das nicht abgeschlossen mako mako fahr mal weg fest hinein so aber ist sie abgeschlossen kann man das nicht sehen und dann ist er auch wirklich nichts nur so klein ok zurück zur normandiii so dann da waren wir die vier haben wir schon also da waren wir Sparte waren wir dann gehen wir nach Athen ja ja ähm Pharus Thuriasch Insignium gefunden Magna Colony gekennzeichnet ok Zirke Gas verkommendigt Helium Nausicaa Nix für uns Proteus Proteus auf Proteus gibt es große Mengen Sauerstoff oh Salamis gibt es da Salamis da gibt es gar nichts gut dann ab nach Knossos jawoll ja wir fahren jetzt durch Griechenland besuchen ähm ja wir gucken ach Hannes erkunden wir Stickstoff Sakros da gibt es gar nichts Therum Therum ist ein sehr weit entfernt aber reiche Industriewelt die von der Allianz beansprucht wird die reichen Schwermetalle haben zu einem wahren Herstellungsboom auf der Erde beigetragen Kernproben voller Fossilienfunde von einfachen Silizium basierten Organismen belegen dass Therum in der Vergangenheit ein lebensfreundlicher Planet als heutzutage war das könnte die vielen roteanischen Ruinen auf der Oberfläche erklären die meisten davon sind mittlerweile von Minenunternehmen erschlossen worden ok ich will da noch nicht landen wir gucken uns noch also Armini war mir da schon hat eh nix Paistos hat auch nix das war's dann landen wir da landen wir ich muss was trinken so ich nehme Garus mit ja und Caden wieder so ich glaube Caden kann man auch hochjagen ja ja und Elektronik machen wir bei ihnen so ok hier gibt's nix kommander ich habe hier ein paar seltsame Signale sehr seltsam nichts bekanntes sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen ok aber besser auffassen sonst fliegen wir gleich noch da rein ja da geht's nicht weiter oh Feinde mal wieder oder denn ich kann da hin ich kann da hin das ist noch nicht so gut sein jees oh Ton Voll rein. Oh, einer ist fertig. Irgendwo ist noch ein Riesending. Okay, das kann lustig werden. Ah ja, hier ist sowas wie eine Straße. Oh, oh, es finito. irgendwo ist aber noch eine ich glaube nicht dass wir diese starke seite frontal angreifen das ist so gut dann kommen wir hier hin oops nein fach Aber nicht sowas wie ein Raketen-Ding. Wo sind sie denn alle? Stirb. Da waren es nur noch zwei. Ich glaube, die können wir aber auch so fertig machen. Oh, es hat mich hier. Okay. Da ist jemand. Leck dich nieder. Sehr, sehr schön. Was machen wir hier? Tosch. Oh. Okay. Da gehe ich auch noch gucken. Vielleicht gibt es da auch noch eine Kiste. Kann ja sein. Da. Upgrade it. Radioaktiv und reißer. Sehr schön. Dann weiß ich, was ich jetzt tun werde. In diesem Part Abschluss, ähm, kam es zum Abschluss der Fahrschild. Uhu, 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 sehr schön. Ja, selbstverständlich, danke. Okay. Nope. Ah, mit Kleidung ist immer noch nichts, ne? Ja, komm, er hat jetzt, glaube ich, erstmal Kältenbrauch. Da. Sop. Puh. 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 Ja, das kann er anziehen. Okay. Ja, macht mal die Aktivität. Hör doch mal auf. Hier. Irgendwie egal. Hier. Hier. So. Gut, ihr Lieben. Im nächsten Part. So, auch immer ich da jetzt nicht runterkomme. Hat die Füße nicht richtig hochgehoben. Im nächsten Part gehen wir in die zwei Gebäude rein. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Daumen hoch. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.